hallo netzig willkommen auf dem kanal hier mit seinem challenge projekt mit dem chrissy gaming und meinem lu servus wir bestimmt in der letzten folge mittlerweile habe ich mich fertig gemacht und ja jetzt einmal heute haben wir einen witzig Hallo RLS Buffy Wo ist denn der schon wieder? Wow Jo, ich hoffe das zahlt sie aus was wir heute gerade machen Und jo Wow Danke für nix Ja, vielen lieben Dank dafür Wie viele Folgen ist das eigentlich für sie gerne? Den 90 Wie viele Folgen? Ui, noch 10 Folgen? Für das Finale Junge Also ich muss es noch ein bisschen mehr Gas geben, aber du musst doch nur sprechen Jo Uuuu Uuuu Äh, hast du starken Bauhaus gemacht? Ja Warum? Ja Entschuldigung Entschuldigung Ja was machst du gerade eigentlich arbeiten groß ja ich hab jetzt vom zweiten feld aus habe ich jetzt 60 fallen dann mache ich jetzt noch die wiese das sind jetzt noch hier wie viel volumen hat der bollen 4.000 4.000 ich hab jetzt noch die wiese hier dann habe ich noch eine komplette wiese und dann bin ich eigentlich durch das einzige wo ich keinen bock drauf habe ist einfach zu wickeln ich hab jetzt noch die wiese 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 was sagen sie sonst so so ja ja haben wir in deinem rp charakter gearbeitet jetzt würde ich gerne von dem wissen wie würdest du denn jetzt zu einer person gehen einfach mal so im rp zum beispiel wenn ich jetzt zu dir gehe komm ich zu dir zu und so bleiben wir mal kurz äh hallo ich bin der robert mhm wie ist ihr name also ich bin der herr was ich bin der nomen nrps maxi kainz oder so und jo ich bin da in der ortschaft der herr sowieso oder mach das und das und jo ja äh chasse ja falls du deinen lkw suchst der ist bei uns umgekehrt kann man auch nicht bei euch wenn ich es gerade hochkomme weil bei dir kommt dann zu ok ob bei uns in der du raus ein passwort reingemacht habt damit er immer aufhört mit der scheiße mhm mhm ist bei dir Gott sei Dank Jo 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 Pass soo warum was denn warum die frage welche frage achso wir waren ja mittendrin ja äh schön sie kennenzulernen was wollen sie hier so machen oder was machen sie so also ich bin der unterbauer ich bewirtschaft den hof mit so und soviel äh tieren und jo wenn sie äh wollen können sie ja wenn sie einmal zeit haben meinen hof anschauen kommen mhm wollen wir nummern austauschen oder was ja ich gebe ihnen einmal meine visitenkarte danke danke ihnen schön mit ihnen geredet zu haben bitte gerne das ist so ein ideales gespräch gewesen so ungefähr muss es doch sein themselves glaube ich muss trainer werden her hahaha trainer für hier E esf fresher lag da hat sich wieder etwas gegönnt Was ist mit dir? Der Nils, der fährt mir gerade mit dem Radlader in meinen Traktor hinein. Er hat heute seinen Tag. Ja, guck mal so vor. Sorry, wegen früheren Futteraufnahmen. Ist normal nicht so bei mir, aber. Na ja, kommt davon, wie die Herren Kollegen zu mir sein. Bei ihm kann man sich aufregen. So ein Klappspaten. Und was haben Sie so gerade vor? Ein Lecken, das ist ja. Hä? Haben wir es gerade so leckt? Also ich habe 60 FPS, mir läuft alles fein. Ne, MS ist ja wichtig. Was? MS ist ja wichtig. Was ist MS? MS steht unter anderem. Ach so Millisekunden. Ja. Ich habe 22, 28, es schwankt so. Durchgehend. 30, 40 waren wir auch immer. 25 Millisekunden. Alter, es gibt über 100 Ballen hier. Das geht schon 82. Jetzt sind zwei Schwaden von der Wiese. Noch eine und dann durch. Es gibt mehr als 100 Ballen. Was? Was. Wo drauf hast du Bock? Was? Was. Wof du drauf hast du Bock? Die Rechnung bei Degelsee vom Silage fahren. Von mir? Ja, von dir. Das waren 7200. LUU, werde ich gleich aussehen machen, das sind 7200. Das ist überwiesen. Danke. Bitte gerne. L.S. Profi? Ja. Was ist denn los? Kannst du mir ganz kurz geschlüsselt von dem Shop geben? Haben das auch dein Papi und dein Mami erlaubt? Nein. Tschüss. Sorry, das war mein Sohn. Das hat nichts lassen. Sollst du mir einschlagen? Ja, mein Sohn. Ich bin einfach dran. Okay, dann gebe ich dich nicht. Tschüss. Pass auf auf dich mein Kleiner. Hast du deine Brotdose auch leer gegessen? Nein. Nein. Ich habe immer noch nicht. Du, ich sage es leer. Ansonsten gibts die gar nicht. Ja. Ja, einfach. Oh, ne. So, ne. Danke für die Werbung. Auf jeden Fall. Du kannst auf jeden Fall heute mal wieder. Wie finden sie meinen Sohn? Na ja, jetzt so könnten sie besser ziehen. Entschuldigung, ich hatte nicht so viel Zeit zu mehr ziehen. Auf jeden Fall. Ja. Hi. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Das sind ja auch richtig. 120 Ballen, wenn jetzt kein mehr. 120 Silageballen. Kurze Frage, Chrissy Gaming. Ja. Brauchst du Silageballen? Na, danke. Ich bin jetzt Großproduzent. Kannst welche haben? Ne, ich glaube mit 120 Ballen bist du noch lange kein Großproduzent. Ja. Mhm. Krass. Wir haben ein bisschen Dukrat. Was? Warte mal, ich muss kurz nicht mehr durchgehen. Ja. Ich weiß nicht, was heute los ist. Auf jeden Fall. Wetter schauen wir uns. Wie viel kurz ist das? Ah ja. Was denn? Oh mein Gott. Ey. Unherhalte, habe ich zu meinem Sohn gesagt. Zu Nils. Ähm. Er hätte eigentlich null gewählt. Auf einmal geht bei M, L, U Mitarbeiter Felix einfach den Klingelton an. Ah ja. So meine lieben Freunde, das war es ja. Danke schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es gerne ein Like und ein Abo da, schaut es gerne bei meinen Kollegen vorbei. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.